Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf, Nachwahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds der Landespersonalkommission. Mit Ablauf des 31. Juli 2018 hat Herr Dr. Frank Blechschmidt auf sein Mandat als Abgeordneter des Hessischen Landtags verzichtet. Ferner verzichtet hat der Abg. Wolfgang Greilich mit Ablauf des 31. Juli 2018 auf seine stellvertretende Mitgliedschaft. Nach § 99 des Hessischen Beamtengesetzes vom 27. Mai 2013, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018, wählt der Hessische Landtag sieben Mitglieder und sieben stellvertretende Mitglieder für die Landespersonalkommission nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Nach § 99 Abs. 2 des Hessischen Beamtengesetzes tritt der gewählte Stellvertreter für den Rest der Amtszeit an die Stelle des Mitglieds, sobald ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus der Landespersonalkommission ausscheidet. Da der Abg. Wolfgang Greilich auf seine stellvertretende Mitgliedschaft verzichtet hat, ist sowohl ein Mitglied als auch ein stellvertretendes Mitglied nachzuwählen. Der Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Drucksache 19-6663, liegt Ihnen vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Der Wahl durch Handzeichen wird auch nicht widersprochen. Damit kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag, Drucksache 19-6663, zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus inklusive der Abg. Öztürk. Keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen. Damit ist der Abg. Stefan Müller-Heidenroth als Mitglied sowie der Abg. Wolfgang Greilich als sein stellvertretendes Mitglied in die Landespersonalkommission gewählt.